Hallihallo Leute, willkommen zu einer neuen Aufnahme von Minecraft, und zwar den Let's Play Part, und zwar Part 2. So, was wir euch fragten, wie ich hierher gekommen bin. Im letzten Part ist mir mein Minecraft abgeschmiert, und... Also nicht mein Minecraft, ich hab einfach aufgenommen, ne, ganz normal, oder eben so ein Stück Holz. Und ich hab einfach komplett normal aufgenommen. Dann ist mir die Fraps-Datei abgestürzt, und hat sich selbst gelöscht, irgendwie. Und deswegen bin ich jetzt hier, und ich konnte auch nicht mehr zurückfinden, da wo ich hergekommen bin. Sondern ich würd sagen, wir starten jetzt einfach durch. Ihr seht, ich hab hier schon ein Haus gebaut, weil ich's kann. Wir voll Hipster mit Wolle. Hier mit ganz viel Scheiße. Das hat mir irgendein So'n Gollum hier mitgebracht. So, übrigens als nächstes Projekt wird ja Minecraft Hunger Games starten. Das wird bestimmt auch einige interessieren. Hunger Games mögen ja viele. Ich mach mir jetzt hier erstmal den Boden. Das geht hier so gar nicht. Weil hier auf der Erde, das, 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 das kommt total schwul rüber. So, jetzt machen wir jetzt ne Holzstaufel, weil wir Hipster sind. Deswegen sind wir geil. Okay, das bringt's voll schneller als mit der Hand. Ein bisschen schneller. So, sparen wir uns hier ein. In unserem blieben Holzkasten. Ach, wette können Seite 1.5 voll schweben. Geil, ich wollt's grad nochmal mit Erde ausbauen. Verdammt bin ich gut. Aber Hunger Games wird zusammen mit einem Kumpel von mir starten, der auch ziemlich Hunger Games mag. Also glaub ich mal, ich hab ihn noch nie gefragt. Hey, magst du Hunger Games? Aber ich glaub, jeder mag irgendwie Hunger Games auf seine eigene Art. Und er wollte übrigens auch immer mal mit aufnehmen. Vielleicht wird's sogar ein 3er LP. Vielleicht bekomm ich meinen anderen Kumpel auf, um es sich geil zu besorgen. Und dann wird das hier schon laufen. Auf jeden Fall gehen wir jetzt mal raus. Übelste Frame-Anbrüche, ich freu mich. Ja, Frame-Anbrüche, ich liebe es. So, wir bauen uns jetzt hier mal Street runter. Weil wir wollen auch ein bisschen Erze hier finden. Ich will nicht ewig mit Steinwerkzeug hier rumgammeln. Ah, gut. Gleich mal Kohle gefunden. Das ist doch eben wahr. Oder? Komm, beim Street-Mining hier direkt Kohle. Kohle bringt uns richtig viel, jetzt können wir uns fucking machen. Und in den ausstecken und abbrennen. Und dann... Try to swim in Lava, whatever. Obwohl es Burn to Death heißt, aber das ist egal. So. So, das war, glaub ich, alles schon. Ich geh mal weiter. Einfach Street-Mining, weil ich kann. Oh, gleich mal in die Höhle geflogen. Ein bisschen Kohle. Na, das mag ja ganz schön sein, aber ich hätte Eisen am liebsten. Ich hab ja schon vier Eisen gefunden. Ich hab auch ein bisschen offline gefarmt, aber ich wollte nicht zu viel farmen. Sonst hättet ihr mich bestimmt hart ans Knie gepisst. Warum nimmst du das denn nicht auf? Das ist doch ein Let's Player. Müsst man doch eigentlich alles aufnehmen. Da, 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 da. Aber das war mir in dem Moment eigentlich ziemlich egal. Weil, wie gesagt, ich bin noch so ein neuer Let's Player. Ist auch Sandstein. Cool. Nehme ich ein bisschen mit. Könnte ich vielleicht noch später meinen Boden nochmal verkleiden. Stimmt, werde ich hier gleich sterben. Oh ja. Ja, okay, fängt schon gut an. Ich versuch's gar nicht erst weiter. Auch, Rebel könnten wir auch gebrauchen für Wege. Okay, wir werden noch viel Scheiße bauen in diesem Let's Player, schwör ich euch. Ein bisschen Flint, nur Schall. Ich kann doch diesen Fackeltrick benutzen, aber wurde der rausgepatcht? Ich weiß es gar nicht. Ne, der wurde gar nicht rausgepatcht. Werden Sie für diesen Einflug benutzen mit dem Farbenblock? Ja, das hat sich jetzt gebracht. So, alles drunter. So, funktioniert. Ich hoffe, wir finden in diesem anderen Weg jetzt auch noch Eisen. Das wär ganz schön. Ich finde, mir jetzt schon ne Eisenspitzer gemacht. Die hab ich extra mitgenommen, falls jetzt ganz tief runtergehen. Und einfach nur ne Mining Session machen hier. Mal ein bisschen. Leider bräuchte ich rote. Geht ihr dann, Boss, Junge? Die Hobbies. Hobbies, kennst du, ne? Kennst du, glaub ich nicht? Hier geht's die von da. Ich ist eigentlich Eisen mit Seltenheit. Ach, ne, da war Eisen. Oh Gott, ich bin hier ja auch friedlich. Ne, was mach ich hier denn? So. Bauen wir uns hier Eisen ab. Oh, das scheint sogar ein bisschen viel zu sein. Das gefällt mir. Ich liebe Eisen. Einfach der beste Rohstoff, finde ich. Wenn ich ein Eisenschwer in der Hand habe, brauche ich mir ein... Oh mein Gott, ein Spawner. Nice. Jetzt haben wir schon mal die Überschrift für diesen Part. Oh, zu geil. So. Weg hier. Oh, nice. Haltbarkeit 2. Oh, echt nice, Jungs. Echt nice. Und jetzt Melonenkerne. Oh, fuck, eine Melonenkerne. Ja, eine Kiste nehmen wir trotzdem mit. Den Spawner könnten wir eigentlich abbauen. Oder mitnehmen. Nein, wir bauen lieber ab für XP. Könnten eigentlich auch relativ eine Farm bauen. Aber, ihr wisst ja, ich bin ein schlechter Bauer. Soll es nämlich auch noch ein bisschen Mostown mit. Super Mostown. So, Aufnahme geht schon so eine Zeit. Ich glaube, ich werde ihn noch gleich beenden. Wenn ich noch ein bisschen Eisen gefunden habe. Nehmen wir ein bisschen Mostown, 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 Mostown. So, das ist auch genug Mostown. Ja, 15, okay. Aber eine Haltbarkeit, zwei Verzauberungsmusten. Verzauberungstisch, wir kommen. Das nehme ich nur wahrscheinlich für eine Spitzhacke noch extra drauf. Mein Amberswitz, oh, mein erstes Duell. Ich weiß, ich werde sterben. Boah, fuck. Okay, zum Glück war es im Wasser, sonst wäre ich jetzt tot gewesen. Nein, tot. Okay, hier ist nochmal Eisen. Okay, Leute, das war es auch schon fast wieder mit diesem Part. Ich labere jetzt noch ein wenig. Hör euch auch schon auf. Ich habe ja gebeten um längere Parts und auch meine Real-Life-Freunde. Ja, hier war ein Real-Life. Wird keiner denken. Wollten auch ein bisschen längere Parts, aber die verstehen das gar nicht mit dem Upload-Plan hier. Ich muss mir auch an irgendwas halten. Sonst komme ich hier gar nicht durch. Und wir bauen jetzt hier noch ein bisschen Schrott ab. Das wird im nächsten Part wahrscheinlich bloß meinen sein. Ich habe den nächsten Part auch schon aufgenommen. Das hier ist voraus aufgenommen. Und das wird euch, glaube ich, nicht stören. So, wir essen jetzt mal unser Steak und gucken uns um. Ja, läuft ganz gut. Ja, das scheint gut zu laufen. Ja, wir bauen noch die Kohle ab und das ist gut für diesen Part. Weil meine interessiert euch, glaube ich, nicht. So, wir sehen uns dann im nächsten Part höchstwahrscheinlich wieder unter der Erde. Oder oben am Haus, wenn ich irgendwie verrecken sollte jetzt noch. Jetzt kommt ein Creeper hier durch die Wand geglitscht und tötet uns. Wetten wir? Ja, okay. Bis zum nächsten Part. Goodbye.